Welche Arten von Cerebralparese gibt es? Die Cerebralparese ist eine schwere und komplexe Krankheit. Erfahre heute, wie sie wissenschaftlich klassifiziert wird, um die Diagnose und Behandlung zu erleichtern. Die Cerebralparese wird medizinisch in verschiedene Arten klassifiziert, um die Diagnose und Behandlung zu erleichtern. Es handelt sich allerdings immer um eine ernste Krankheit, besonders wenn sie in der Kindheit auftritt. Die Bezeichnung Cerebralparese fasst frühkindliche Gehirnstörungen zusammen, welche die Beweglichkeit der Muskeln beeinträchtigen. Abhängend von der Lokalisation der Störungen können die Auswirkungen verschiedener Ausprägung sein. Die Klassifizierung erfolgt abhängend von der Körperhaltung, der Lokalisation und dem Schweregrad der Krankheit. Muskelsteife und Körperhaltung Diese Art der Einteilung richtet sich nach der Körperhaltung, welche die betroffene Person am häufigsten einnimmt. Dafür ist die Muskelspannung ausschlaggebend, weil deren Veränderung Spasmen, unwillkürliche Bewegungen oder Ataxien auslöst. Spastische Cerebralparese Dies ist die häufigste Art von Cerebralparese. Charakteristische Symptome sind Muskelsteife, Spastik und Muskelschwäche, die unterschiedliche Körperteile betreffen können. Betroffene können normalerweise nicht oder nicht richtig gehen. Typisch für diese Art der Cerebralparese ist der sogenannte Scherengang, bei dem Kinder die Beine beim Gehen überkreuzen, ohne die Knie zu beugen. Bei dieser Lähmung kommt es zum Verlust der Muskelmasse. Auch Schielände, wandernde und rollende Augen sowie andere Sehstörungen sind typisch. Hypotone Cerebralparese Diese Art der Cerebralparese beruht auf einer zu niedrigen Grundspannung der Muskulatur, Hypotonie. In der Folge sind die Bewegungen unharmonisch und unsicher, Betroffene können sich nicht aufrecht halten. Darüber hinaus stellt die Atmungsdynamik ein lebensbedrohliches Risiko dar. Betroffene Kinder und Erwachsene haben Schwierigkeiten mit der Bewegung des Brustkorbs. Atetotische Cerebralparese Diese Art der Cerebralparese äußert sich durch ungeordnete Bewegungen des gesamten Körpers. Die Arme, Beine und der Körper bewegen sich langsam und unwillkürlich. Häufig ist davon auch die Zunge betroffen. Des Weiteren kann sich der Gesichtsausdruck bei einem Spasmus abrupt verändern. Atetotische Cerebralparese Sie ist der atetotischen Cerebralparese ähnlich, tritt jedoch seltener auf. Die Bewegungen sind unwillkürlich und unkoordiniert. Für Betroffene ist es eine Herausforderung, das Gleichgewicht beim Sitzen oder Stehen zu halten. Mischform Die Mischform ist eine Kombination der beschriebenen Arten. Meist handelt es sich um das gleichzeitige Auftreten von spastischen und atetotischen Formen, wobei häufig auch intellektuelle Behinderungen vorliegen. Arten der Cerebralparese nach der Lokalisation Abhängend von der auslösenden Lokalisation unterscheidet man folgende Arten. Hemiparese Paraparese In diesem Fall sind zwei Extremitäten teilweise gelähmt, zum Beispiel ein Bein und ein Arm. Es kann sich allerdings auch um ein Extremitätenpaar handeln. Monoparese Es handelt sich um die Lähmung einer Extremität oder eines Abschnitts einer Extremität Nach dem Schweregrad Diese Art, die Cerebralparese zu klassifizieren, basiert auf internationalem Konsens, was im Großmotor Function Classification System, kurz GMFCS, festgehalten wird. Es handelt sich dabei um ein Abkommen zwischen der Weltgesundheitsorganisation, WHO, und der Gruppe Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, SCPE Auf diesen Kriterien basierend können wir von folgenden Typen sprechen. Leichte Form Es handelt sich um einen Patienten, der gehen kann, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Ebenso fallen darunter auch die Personen, die sich ohne zu laufen fortbewegen, können mit der Hilfe von externen Hilfsmitteln wie Krücken oder Rollstühlen. Moderate Variante Betroffene Patienten benötigen die Hilfe Dritter, um Bewegungsabläufe wie Aufstehen und Hinsetzen zu bewältigen. Der Rollstuhl ist fast immer präsent. Sie können diesen jedoch, vor allem in Innenräumen, alleine betätigen. Schwerwiegende Cerebralparese Die schwerwiegendste Form ist diejenige, bei welcher der Patient den Kopf nicht aufrechthalten kann, weshalb er bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens permanent auf Dritte angewiesen ist. Abschließende Bemerkung Jede Art der Klassifikation erfüllt verschiedene Zwecke und ist in der Diagnose und oder Rehabilitation nützlich. Nach der richtigen Diagnose muss ein Rehabilitationsplan erstellt werden, um die Lebensqualität des betroffenen Patienten zu verbessern. Dies erreicht man mit Physiotherapie, psychosozialer Hilfe, einem Unterstützungsnetzwerk und medizinischen Behandlungen. Behandlungen